Es war einmal ein kleines, kuscheliges Tier namens Walden. Seine Eltern hatten es so genannt, um es zu quälen. Hallo, mein Name ist Captain James T. Kirk. Ich bin Sternfluttenkommandant, Kapitän der USS Enterprise. Im Weltall ist es schön, aber einsam. Und dann taucht plötzlich wieder Henry David Thoreau, der Autor von Walden oder das Leben in den Wäldern auf. Ich hab hier zwei Jahre verbracht, bevor das Buch erschienen ist, das ja mittlerweile Kultstatus erreicht hat. Sein größter Wunsch ist es, Holz zu hacken in Iowa. Aber das hat dieser Arschlöcher von Hollywood natürlich am Ende wieder rausgeschnitten. Na, das kennt man ja von Hollywood. Sein, dass ich hier draußen bin, da esse ich nur Rohkost. Es bekommt mir sogar schlechter als Fastfood. Ist das nicht verrückt? Den Traum vom Leben in der Wildnis leben. Und es gibt schon ein Lifestyle-Magazin dafür. Wie viel Kohle hast du schon verdient? Mit meinem Buch, mit deinem Buch über meine Wildnis. Und ja, ich bin einsam. Tja, jetzt ist es raus. Jetzt hab ich es gesagt. Einsam. Es ist noch peinlicher, wenn man es ausspricht. Ich bin einsam. Ich bin einsam.